Hallo und herzlich willkommen zu Orgel Plus Online. Heute bin ich in St. Matthäus in Niederkassel und stehe neben dem Marienaltar, der im Maienmonat aufgebaut wurde. Jetzt am Sonntag feiern wir den 6. Sonntag der Osterzeit und dazu habe ich Ihnen das Lied »Nun freue dich durch Christenheit« im Gotteslob wie Nummer 773 ausgesucht. Sie sind herzlich eingeladen mitzusingen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf, Ihr Henning Obach. Und freue dich, du Christenheit, der Tag, der ist willkommen. An dem der Herr nach Kreuz und Leid die Schuld von uns genahmen. Befreut sind wir von Hand und Not. Das Leben hat besiegt den Tod. Der Herr ist auf Erschlangen. An diesem österlichen Tag, lasst uns den Vater loben, den er, der alle Dinge vermag, hat seinen Sohn erhoben. Das ist der Tag, den Gott gebraucht, das Leben hat uns neu gebraucht. Der Herr ist auf Erschlangen. Und der Herr ist auf Erschlangen. So lieb' dich alles, was da ist, hinüber großer Freude. Mit dir sind wir von Herzen froh, wir rufen laut und singen so, Herr, Herr ist auferstanden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020